Der Schuss Und jetzt müssen die Piloten abgefüttert werden, damit sie nachher auch in der Lage sind, ihr Flugzeug zu tragen. Bitte jetzt nicht so mit diesen kleinen Dingern hier vorne rumfliegen, weil die diese mal durchgeht. Das ist ein kleiner Blick und dann könnt ihr hier vorne rumfliegen. Ja, also um 11.30 Uhr gibt es hier also ein nicht so hoch mit dem kleinen Ding da. Bleib mal unten weiter. Dann wirst du von diesem Suchteil getroffen und dann frisst der dieses kleine U-Krauber-Ding da auf. Okay, jetzt fange ich wieder von vorne an. Also alle Piloten können um 11.30 Uhr wunderschöne Erbsensippe mitgegen, von unserem Schlachter, glaube ich, mitgebracht. Eine Erbsensippe mit gefüllten Erbsensippen.